hallo und herzlich willkommen zurück zu blocky roads es ist wieder mal fast eine woche seitdem ein video von blocky roads kam und ja ich würde mal sagen let's fucking go so und zwar stecke ich noch bei level 3 oder level 5 was auch immer das gerade sein soll ferns ich weiß gar nicht und ja ihr habt schon gesehen ich habe ein neues intro ich habe es mir diese mal selber zusammengestellt ich habe dafür eine stunde gebraucht weil ich hatte mit paint 3d eben diese thumb belts machen in paint 3d empfangen müssen dann habe ich die schrift eben kopieren müssen aber ich hatte die schrift eben nicht so machen können dass sie so reinkommt während schon die flanken sind deswegen ist nur schwarz wenn ich ins track bekomme dann ist youtube scheiße ich weiß nicht ob heute wie das video kommt über airpods fake airpods halt ich weiß weil ich will nämlich die nicht richtig funktionieren und ich weiß nicht ob das geht da daniel derzeit noch nicht abgehoben hat beim anrufen oder mir geantwortet hat deswegen weiß ich nicht ob ich das video machen kann und ja ich hoffe ihr findet das neue intro cool wollte eigentlich zur template suchen damit ich es einfacher habe aber nein ich bin da eine stunde gestern am panzer gesessen weil ich musste mir die audiodatei erst mal holen von youtube ja weil ich genau so ein intro wollte ich eigentlich die ganze zeit haben und ja perfekt landing den teil hier kennen wir noch nicht oder doch nein 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 kind jesus auf krippen exakt bei ja ich mache hier meine timelapse ein und dann sehen wir uns gleich wieder ach scheiße Ähm, ich guck mal kurz, was, ähm, drei fucking tausend. Bye. Ach. Ähm, das Video wird jetzt nur drei Minuten lang sein. Nein. Nein. Ja, weil ich gerade eben nicht daran gedacht habe, dass ich das Leveln noch nicht gemacht habe. Ähm, ja, sorry, ähm. Ich kann dafür aber nichts, ich habe jetzt einfach vergessen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, euch gefällt auch das neue Intro. Diesmal habe ich es wirklich selbst gemacht und nicht wieder irgendeines genommen. Ich schwöre, es ist selbst gemacht, weil ihr seht, es sind genau die Fund-Mails von den Projekten dabei. Um sie, Minecraft, Roblox und ja. Und die Schrift habe ich auch selber und alles und ja. Bis dahin und tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018